Medienberichte, Iris Klein ist tatsächlich wieder Single Feiert Iris Klein, 56, Weihnachten alleine? Die Mutter von Daniela Katzenberger, 37, hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich, nachdem Affärengerüchte um ihren Mann Peter Klein, 56, laut geworden waren, trennten sich die TV-Stars. Einige Monate danach verliebte sich die Influencerin dann in ihren neuen Freund Mr. T. Doch nun sind plötzlich alle Pärchenfotos weg, und tatsächlich soll Iris wieder Single sein. Das will jedenfalls RTL erfahren haben. Demnach sei nach wenigen gemeinsamen Monaten wieder alles aus bei Iris und ihrem Mr. T und Weihnachten feiert sie als Single. Tatsächlich ist derzeit auf ihren Profilen im Netz auch nichts mehr von ihm zu sehen. Iris scheint alleine in den Schwarzwald gereist zu sein, um dort mit ihrer Tochter Dani und ihrem Mann Lucas Cordalis, 56, sowie Töchterchen Sophia das heilige Fest zu feiern. Bereits vor wenigen Tagen fiel Fans plötzlich auf, die einstige Promi Big Brother Kandidatin hat alle gemeinsamen Fotos mit ihrem neuen Partner gelöscht. Zuvor waren auf ihrem Instagram-Profil niedliche Kussbilder oder auch Reels der beiden zu sehen gewesen. Geäußert zu einem möglichen Liebesaus hat sich Iris bislang noch nicht. Geäußert zu einem neuen Titelammus Bis zum nächsten Mal.